Ich hätte nicht alles machen können. Vermehr, könnte ich auch mal. Sembran, genauso. Egal was. Leonardo, natürlich. Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig, finde ich nicht schwierig. Eigentlich ist mein Vater schuld, also ich werde jetzt schon mal haben. Für mich war mal nichts Besonderes. Das hatte für mich nicht diese Heiligkeit. Welche Berufe er aussübt, das hat er mir nach drei Tagen gesagt. Ich habe also Gemälde gekauft, habe es dann auch restauriert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Händler sagen, ja, wenn da jetzt Figuren drauf wären, dann könnte man da viel, viel mehr Geld für bekommen. Wenn das so ist, dann habe ich mir gedacht, wieso? Mal ist es da nicht komplett neu. Das ist schon eine beachtliche Leistung, wie nur ein Mann und kein großes Team es geschafft hat, sämtliche Zentralen der internationalen Kunstwelt auszuschreiben. Ja, wir sind Opfer von einem super raffinierten Betrüger geworden. So, jetzt haben wir wieder den Original-Marcelona-Dreck von 1915. Wir wissen ja bis heute nicht, wie viele Fälschungen er wirklich erschaffen hat. Entstanden sind ungefähr 300. Wir wussten natürlich, dass unser Vater Künstler ist. Wir hatten halt immer den Eindruck, dass er nicht viel arbeitet. Ich hätte 2.000 Bilder malen können und der Markt hätte es aufgenommen. Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, Bilder zu verkaufen für halbe Million als eins für 10.000. Da glaubt einfach keiner mehr, dass das nicht echt ist. Ich hätte mir so gern Palazzo-Denis nicht gekauft. Na, dann habe ich den Palazzo-Deniselle getauscht. Wenn man in ein Museum kommt und sieht dann sein eigenes Bild dahin, denkt man, ja, verdammt, jetzt hängst du in allen möglichen Museen rum und keiner weiß, dass es von dir ist. Was haben Sie da gedacht, wenn Sie das gelesen haben, dass da jemand sagt, das ist ein Campendon, wie er leibt und lebt und auch noch einer der schönsten? Ja, hat er doch recht. Das ist ein Campendon.